was geht meine lieben soccer junkies nachdem sich ja so viele gefreut haben dass es mal wieder ein rock click video ab gibt es jetzt kein video mit den zombs sondern dann mit den lieben tim von mmo lightning fire aber ein rocket-league video tim sag mal hallo dann wollen wir mal anfangen wir haben noch keine runde vorher gespielt vorbemerkt wir sind also nicht eingespielt mal wieder first round gameplay und man kann so lange mehr gespielt und mal gucken ob heute mein höschen vibriert hat ich zum satz habe ich es so lange schon nicht mehr gesagt da werden einige sich freuen so höschen vibriert ja mein höschen vibriert das war jetzt sinnlos von dir ja du musst oben links auch auf chat achten wenn ich schreib warte lass mich rangehen ja ja alles klar alles für die cubs haffe deiner ja der fliegt mir zu weit oben nein da sagst du den nehmen in den mund lieber auf die haube auf die haube er cheats haben wir alle gesehen guckt euch den cheater an hier vom eiskalt gecheatet hier tim ist der übelst der hacker du musst fahren ja ich muss aufpassen dass bei pc durch die ganzen cheats sind warm wird ich war da noch mit dran und grad springen lass mich fahren zack kommst du nach vorn alles klar ich finde es doch schlecht geworden hat getrickst da war alles geplant cover neid nix da deiner oder auch nicht nix da warte 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 neid neid ich konnte blocken a ja schöner schuss tim macht hier die vorlage undercover tim ist da und Montee sagt er ist Tim also ich normalerweise sagt ja Tom Montee ich bin Tim aber er ist ja Tim ja ich glaub Tim kennt den Spruch gar nicht nee ist mir völlig fremd was geht doch Noob Hasse ich hab die Ballcam nicht angehabt Noob Meiner Au 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 Ja Ja Guck dir an wie elegant und schmeidig ich da da rein geölt hab Lass mich fahren du machst den Nachschuss hol dir die Pille Schön Deiner komm Hasse Ah schieße hat noch geblockt Penner Das mal hab ich ihn geblockt Nope Nice Schön vorne Deiner Was Ah kacke Ich war nicht dran Ja Auch der Fail da auf deren Torseite von uns beiden Ich war zwar noch dran aber er ist halt auch Du hast ihn ja auch reingedrückt Ja aber sollte ich machen so Eier Komm noch können wir gewinnen Ja Ja war noch gut Jetzt holst du dir den Autowagen Weg Jetzt nur hier der geht rein Danke Alles klar Ah da kommen meine alten Moves hoch Aber guck dir das an da vibriert doch mein Hürschen hier wie er mir die Bande gesetzt hat damit in in richtigem Winkel fallen kann oder springen kann Oh sorry Kein Ding Ah Nix da hab ich Komm Deiner Ja Nice Uh Da sind Rieseschen Hihi Guckst du an Ihr Zocker Ich glaub wir werden warm Ganz ganz warm Lass mich fahren Hehehe Wui Nix da Aufranda Ach kacke Weg den Groschen Wo ist Clown Mitte Nein da waren die schneller Sorry Ich schiebe dir die Baller noch weg Ich wollte ihn nicht eigentlich vorlegen Ja da kommt zu dir den Winkel net Pariert Fahrdurch Wo Wui Wui Bum 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 Vibrieren Schaukel Explosion Hürschen bei dir läuft Oh yeah Die werden heiß Ja Hallo Komm mal wir haben das mit 2 Toren Rückstand Dann aufgeholt dann wieder 2 Tore Rückstand Und dann doch noch gewonnen Einfach fallen lassen Ja GG hat Spaß gemacht Ui GG Ja Oh yeah Oh mein Gott Da hat's Hüschen Wollen wir nochmal gegen die spielen Oder neu gehen dann In der Revanche Ich fahre Ja komm dieses Mal versuche ich aber ein bisschen ernst zu spielen Haffe Ah komm Hätte ich angestuppst Deiner Schöner Schuss Ich hab noch versucht den zu safen Also nicht denken dass ich dir dann stehen wollt So Hast du gesehen wie ich da noch dran war Mh So Oh da Deiner Verwirrungstechnisch Bam Guck mal Hier Wie ich noch andeute dass ich den nochmal berühren will Er geht davon aus dass ich den krieg finde und Fahr du mal Der geht direkt drauf Deiner Machst du aber jetzt Ja Ja den hättest du so oder so nicht Auf die Art und Weise reingekriegt Die ist vorbei pass auf geht aufs tor drauf nein schön muss ja ich hatte auch nichts mehr egal schön gewacht ja hier guck da hast du mich nur weggedrängt er aber okay ich habe spielen du spitz den rhein nein auch dann würde ich wieder war mit rocke liegt zack einer zwar ein bisschen gestillt aber okay du musst schießen mega vibrierendes höschen traf von mir zum erdbeben mäßigen vibrierenden höschen die recken wir aber jetzt richtig auseinander klappt die leften gleich ne der eine bleibt am tor stehen er goal camp jetzt hast du fahr nein nix da sind wieder da hast du ne bist zu früh gesprungen muss drehen hast du ausgehebelt du musst ohne boost ja ist egal einfach drauf da warte kriegte so nicht war klar klaut er mir den boost vor der nase weg zack aber ich will es jetzt noch ein bisschen spannend machen also beim 4 1 start poliert ich bin jetzt nur noch mit denen rum ein bisschen gemein ist es ja du hast extra fails ja ein bisschen rumspielen kann man ja ja alles geplant ja ja fahr du mitte oh schön fährst du ran geh ich den boost ja schön ich komm jetzt auch dab ha ah ah nix der spring dann ist dann auch oben an der Decke schön da machen wir die letzten 39 Sekunden das Spiel ist safe ich schreibe mal xd du musst schießen Uff nice my fail my fail ja der war schön der war wirklich schön gönnen wir ihn guck da stand er nämlich viel zu dicht an dich dran my idiots ah ok komm hä wollen wir es ja noch spannend machen haben wir gehört haben wir gehört du müssen wir auch ein bisschen auf Abstand spielen also nicht mehr so dicht aneinander jetzt wollen sie es aber ist ja ja okay ich kann auch nichts mehr machen egal wir machen da Ding kein Thema ja jetzt schneiden bis einfach raus und setzen eine andere deiner mitte mitte kannst nicht ja dann gehen wir halt in die Verlängerung kein Ding dann wird es ja wenigstens auch spannend ja ne es ist übelst das Clickbaiting pass auf wo bist du äh im Tor ah nicht so gut schieß 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 naja deiner jetzt bewörteren na alter was los komm zu spät deiner buja die Bombe ist geplatzt hier in meinem Höschen vibriert wir haben gewonnen oh ich hab's donation gelassen sowas vom Stream noch wärs angelassen egal wir haben gewonnen da könnt ihr auch donation bei ja Link zur donation ist in der Beschreibung ansonsten auch von unserem Twitch-Kanal naja meine lieben Freunde zwei Runden Rocket League ist vorbei und damit auch leider dieses Video schon wieder ich hoffe ihr hattet trotzdem euren Spaß ich bin euer Janubis und auf der anderen Seite meiner Leitung ist der Tim servus und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal